Moin Shen, das ist gerade ganz doof. Ich habe hier keine Plattform, wo ich dich besiegen kann. Und in der Luft zu kämpfen, will ich jetzt gegen dich auch nicht. Gegen wem kämpfst du denn, bitteschön? Deinem Wurm. Na wie jetzt? Was macht der bei dir? Ja. Ich finde das gerade nicht in Ordnung, dass der bei dir rumgammelt. Geh mal. Ja. Ich kann das echt nicht akzeptieren. Mich kann erschrocken von der Mumie. Warum erschreckst du dich von der Mumie? Ja, ich liege hier durch die Welt und war immer so. Voll erschrocken. Wie viele Fehlern habe ich denn? 5. Ich glaube 5 haben sogar schon gereicht für... Markus, komm mal zu mir. Ich bin bei dir. Ähm... Nicht durchs... Äh, Plattenmull. Ist doch nur Wasser, was denn? Äh, komm zu mir. Bin bei dir. Was ist denn? Äh, du hast mir gegeben... Ich benutze es mal ganz kurz, um die ganzen Vögel hier wegzumachen. Äh, das finde ich jetzt aber ein bisschen unfair hier. Ich bin gegen Gänse gefunden. Dann gibst du mir danach wieder zurück. Dann brauchen wir Mana dafür, das ist mir jetzt erst spät aufgefallen. Ja, okay, dann gibst du wieder her. Ne, ich hab doch Mana dafür. Muss nur mit der Lenkung klarkommen. Macht ja ordentlich Schaden, warum hab ich denn nicht sowas? Willst du meinen eigentlichen Schaden sehen? Den Schaden am Gehirn, oder wie? Warum? Warte, ich kann mir hier mit, mit dir irgendwie Kindergartenschaden an... Jetzt gib mal wieder her. Nee. Bau du erst mal ein paar Wörter ab. Ich baue schon ab, aber gibts mir wieder her. Ja, kriegst du ja. Sobald es nicht mehr brauchst. Also so in 100 Folgen, wenn das... Ach, die Twins! Nee, gut, jetzt brauche ich es erst recht, tut mir leid. Ja, okay. Ach, der Wurm. Nee, gut, gegen den kann ich auch erst mal nutzen. Nein, nein, nein. Wieso bei mir? Ist das unfair? Nee, nee. Nee, 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 passt auf. Danke. Der Beweckens, äh, äh, den Ballon. Ah, der wäre nett, wenn du mir überreicht könntest. Also wenn André in denen nicht schon was gefunden. Man treibt auch schon nicht. Okay, das wäre nett, wenn ich den bekommen könnte. Der ist Magier. Jetzt hast du nicht nötig. Weil du könnte ich ja klaut in der Botte machen. Oh, nee, nee, warte mal, äh, Botte... Nee, klaut in der Botte. Äh, Ballon. Äh, Ballon. Mann. Was ist denn Mami Pains? Oh, wo bin die? Muss ich gar nicht haben. Weg damit. Federn sollte ich nicht wegschmeißen. Clipper. Weg. Mushroom Wall. Wo bin ich denn die auch immer? Klappe. Oh, weg damit. Ich hatte gerne einen früheren Mantenspferd. Mit freier Verzauberung. Hast du den, hast du die geschafft bis jetzt? Nee, ne? Ich hab den, oh, 2000 Schaden hinzugefügt. Wow, wie viel Leben hat er denn? 200.000? 200.000? 200.000? 200.000 wäre echt übertrieben. Ach, hier geht's raus. Genug Wolken? Nein, noch nicht. Okay. Noch lange nicht. Ich mach dir ja unten nicht. Die ganze Insel muss weg vom Wolken. Alter, wie, wo, wo hast du die Wunderwaffe her? Was ist? Wo hast du eigentlich die Wunderwaffe her? Also gefunden. Ja, hab ich vorhin gegen so einen Eis, äh, wie er ist, Magier, bekommen. Musste ganz rechts im Kölngebet sein, irgendwann mal in der Nacht kommt der. Was, wer kommt da? So ein Eismagier. Und bei dem kann man das kaufen, oder was? Nee. Wenn man den, wenn du den tötest, bekommst du das. So, der ist drecksfähig. Also töten, okay. Lebt der Wurm noch nie, ne? Der ist jetzt tot. Wo ist der gestorben? André? Hm? Wo ist der Wurm eben gestorben? Der ist hier gestorben. Black Fairy Dust. Hast du die Seelen eingesammelt? Ja, hab ich. Sonst wären sie ja wohl noch da. Wie viele Seelen hast du? Chris. Danke. Ich nehme doch irgendwo mal Black Fairy Dust eingesammelt. Ja, ich glaub das war bei dem Mushroom Farm. Also wie jetzt, äh, ist irgendwo rechts ein Eismagier und was, was muss ich mit dem machen? Äh, ihn töten. Irgendwann droppt er was. Oder halt den Stab. Kommt der oft oder nur selten? Der kommt oft. In der Eiswelt, oder was? In der Eiswelt, oder was? Da, wo die Eiswelt grad von Külmsen übernommen wird. Okay, dann geh ich da auch hin. Was ist denn? Wo machst du denn so wenig Schaden? Äh, I don't know. Da, nimm. Ja, weißt du, du machst du ihn gleich kalt. Find ich in Ordnung. Äh. Komm her, du komischer. Vogel. Flügelfieh. 23 Fliege, ähm, Federn sollten ja eigentlich reichen für uns alle, oder? Ich hoffe mal, wie viel man braucht. Äh, ich hab drei Federn, komm her. Zu late. Äh, reichen... 300, äh, fast 400 Volken. Ne, mehr. Es müssen mehr sein. Ja, ist das für ne Spitzhacke, ne Cobalt, ne? Ja. Me! Lass mich da halbe Einrichtung abbauen. So, ähm, wo würd ich hin? Erstmal ein Sparschwein, äh, Geld einpacken. Na, wenn du grad hier unten bist. Ähm. Vielen Dank. Säle des Flugs, damit machen wir Flügel. Genau. Dämonenflügel. Ach, Säle der Nacht brauchen wir ja auch noch, oder das Licht? Äh. Ach, es gibt doch nur Feen... Feenflügel, ah. Das ist doch was schönes. Und... Harpy Wings gibt's auch. Ah, eher gut, das... ... 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